Ich mach ja auch immer Eier auf und mach immer auf dich auf. Du bist Deutschland. Alex, Alex, wenn sie lachen, dann ist er die Friswürse. Lacht ihr? Nein. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Keiner Meinung. Ja, ich hab ihnen gesagt, sie sollen sich nicht mit mir anlegen. Ich hab einen Priester, der mich bufft und einen Mage, der Stunts verteilt. Voll wie klappend. Lappwichser, Alter. Hörst du noch mal an, ich glaub, die haben wir nicht verstanden. Boah, wisst ihr, was ich jetzt mach? Ich schick Major eine Freundschaftsanfrage und jetzt renne ich rum und suche Flammeriaso und schick ihm auch eine Freundschaftsanfrage. Ja, Mann, ich bin ein Freund von Major, geil, Alter. Und Flammeriaso, der Depp, der ist noch in meiner Gruppe, also weiß ich, wo er steht. Und den such ich jetzt auch. Also ich geh da rein. Bam, Alter, Freundschaftsanfrage. Oh, das ging aber schnell hier. The mate, äh, The Flam hat bestimmt schon einen Finger auf Enter gehabt und hat nur draufgezückt, Alter. Das ging ratzfatz, ja? Wollt ihr auch mal einen Tank in die Gilde einladen? Der ist imber, ja? Ich rob jeden um damit. Ich kann reinrennen und mit 50-50-Chance, äh, den Massenstun verteilen. Haha, geil, oder? Geht mir auch so. Also ich renne auch immer die Masse rein und denke mir, hoho, jetzt 50-50. Ist halt so, Alter, lol, weißt du, was so geil ist, als ich Magier war mit Level 25 in Adir auf S3, okay? Und da stand, keine Ahnung, die beste Gilde von Valo und die beste Gilde von, äh, S3 halt, von Berion. Godlike gegen, warte, wie hieß die? Äh, Schwanzlutscher 05 oder so, keine Ahnung. Und ich hab, und ich war Mage Level 25, ich hab einen Stun reingeschmissen, hab die alle getroffen und Godlike hat die einfach gepownt, Alter. Und ich war voll der Held. Eigentlich wurde ich nicht angeschrieben, weil ich mich so voll wieder weggeportet hab, ich pisse. Aber egal, ich war cool, okay? Es hat getroffen. Fast jeden. Ja, gut, okay. Okay, ich lösche mal die Dani aus Less Result, die behalte ich mal. Erkennt ihr die noch, die Dani aus Less Result? Ja. Ja, Obacht, Obacht. Flam, was hatten die für eine Farbe? Es gibt, ja, die Scheißhaufenfrisur, ne, Flam? Flam? Ja, Lack auf. Ja, Lord Helmchen, ja. Ja, genau. Beste Lebe. Und, äh, das Geilste war ja, ich war mit ihm mal allein im TS auf Less Result und sie meint so, ja, Niklas, du bist schon ne geile Sau. Und ich so, ja, ich weiß, danke. Und, und dann ich so, ja, äh, du willst mir locker einen runterholen, oder? Und sie so, ja, klar, okay, bin ich mag. Ich muss voll lachen, ich war so okay. Und ich war mal da, wo die wohnt, auf nem Azubi-Ausflug. Da war ich total bekifft, Alter, das ist voll witzig. Ey, ohne Scheiß. Wenn ich morgen nicht die Aufnahme krieg, ich rast voll aus. Ich weiß, 500 AOEs sind mal gut. Hast du keine Bolzen da? Hast du keine Bolzen da? Ohne Scheiß, guck, hier ist schon die erste. Eins. So, noch 499. Warte, ich kann Schutz der, äh, Lapiris helfen, Handmach, jetzt kann ich noch einen reinhauen. Direkt hinterher. Äh, direkt rein. Ah, ich drück 2, nicht F2. Meine Bogey-Skill ist bestimmt so schlecht gemacht, Alter. Ich buff mich jetzt, obwohl ich gar keinen Grund dafür habe. Nur weil ich's kann. Dann geb ich dir doch einfach einen Grund. Okay, aber der Kriptos kommt auch noch. Ah, Major, Major, das geht nicht. Ich hab doch Windy drin. Du bist Level 90, Major, das geht nicht. Nein, sowas macht man nicht. Und sowas macht man erst recht nicht, weißt du? Boah, du bist Wurz, Alter. Nimm Deathbots und Fitmacher und, keine Ahnung, wie das heißt. Was ist denn das heißt? Boah, ich hasse dich. Komm, Fitmacher und Deathbots. Major, dein, Major, dein 4 ist kacke. Ganz ehrlich. Ohne Scheiß. Ich hasse, ich hasse deinen, nein, ich mag ihn nicht. Ach, ich hab schon verloren, scheiße. Jetzt hab ich mir nochmal ein Schild reingehauen. Okay. Go, go, Deathbots. Okay, äh, Sternchen, Flüster an Flammen. Ach ne, es geht noch weiter, hä? Ich dachte, es wäre zu Ende, lol. Ah, Major steht da und schildert die Base. Nein, ich hab mir irgendeine Attacke aus der Skillliste rausgezogen, als ich voll war. Scheiße, welche war... Nein, das war Lapis... Oh nein, das war meine Bubble, Alter. Mein Schudschild. Scheiße, nein, ich hab mir die... Oh Mann, wo hütt mich denn rum? Ich will da unter Flammen gehen, aber der kämpft gar nicht gegen mich. Toll, jetzt hab ich mir auch noch, äh, Ding aus der Liste rausgezogen. Befreiung. Major, könnt ihr das Pause machen, bitte? Ne, ohne... Ne, ohne Scheiß. Ich hab mir... Ich hab mir Attacken wirklich aus der Skillliste rausgezogen. Warte, ich such's grad. Äh, wo ist denn Befreiung? Überleben. Ja, hier. Äh, eins. Befreiung? Ja, auf. Jun... Alter. Im Jan, sein Internet lackt so hart rum, Alter. Okay, wo ist Ding? Äh, Major! Ich war's nicht, Mann. Lapis helfende Hand. Halt's mal auf! Wie in einem Major rumrennt, wie ein aufgewühltes Meerschweinchen. Uuuuuh! Der Merk! Nein, nein, hier! Ey, erfunden! Hau mal ab, Jan! Ich rege, fröhliche Fröhlefremde! Ich rege, fröhliche Fröhlefremde! Wir krönen noch ein bisschen! Und ich spring' schon richtig voll! Ich komm' mir! Hahahaha! Der Major hat's nicht gesehen, weil er ein Blendi drin hatte! Der Penner! Hahahaha! Hahahaha! Dammit! Hahahaha! 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 4.0 Starks, Alter! Hahahaha! 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 Nein, ich steh' nicht mehr! Renn weiter! Hahahaha! Major, wo bist du, du Arschloch? Geh in die Mauer, da trifft er bis zu den Lappen! Lappen! Hahahaha! Nein, du Penner! Geh weg! Blendi, Blendi, Blendi! Ja! Ich gewinne! Hahahaha! Major, nein! Nein! Major, dein Freeze fails, Alter! Dein Freeze fails, Alter! Dein Freeze fails, Alter! Nein! Hahahaha! 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 Und, und weißt du, was das Geilste war? Ähm, Major? Ja? Major? Ich hab mir nen Pott reingehauen, als du geblendet warst. Hahahaha! Hahahaha! Ich mir auch! Hahahaha! Alter, der letzte Level 19 hatte 23er Route, Alter! Was soll ich da machen? Nein, wir haben uns zeitgleich nen Pott reingehauen. Ich hab mir nämlich auch eingenommen, als ich geblendet war. Der Penner hat sich auch eingenommen! Hahahaha! 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 Hey, hey! Hey, Major! Major! Ja? Ich geh jetzt mal off! Du darfst jetzt mal gegen einen von You Got On By kämpfen, okay? Oha, gegen Walter! Gegen Walter, ja? Äh, Freunde! Ich geh mal off! Wir sehn uns morgen, ja? Warte, 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 warte! Also, Walter ist Charlie. Er hat den Account gekauft. Okay, Walter. Was ist das für ne Klasse? Ich geh mal auf! Dann کے bloggers hier mal zum Tag! Wenn auch mal auf! Dann kommt der Zeit rauf! Ich geh mal auf!